Herzlich willkommen zu einem kleinen Nachschlag bzw. einer kleinen Ergänzung zu meinem letzten Video, wo es ja darum ging, dass Pluto in das Wassermannzeichen wechselt und das wird ja Ende März mal passieren. Ich habe im letzten Video ausführlich darüber gesprochen, auch über die beteiligten Energien und ich möchte dir jetzt noch einmal ein paar Inputs geben, vielleicht auch ein paar, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen Meditationen, worüber du einmal so nachdenken kannst, was Pluto im Wassermann noch bedeuten kann. Wassermann ist ja auch so quasi dieses, möchte ja alles gleich machen, also das ist so dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so quasi diese Prinzipien der französischen Revolution, das ist ja so dem Wassermann inne und dem ist allerdings auch wichtig, dass das Individuum herausgekehrt wird, das Individuelle. Also auf der einen Seite soll es gut für alle sein, aber auf der anderen Seite auch das Individuum soll sehr stark herausgehoben werden mit der eigenen Kreativität, mit allem, was in dir steckt, mit deiner eigenen Vision. Ich habe im letzten Video darüber gesprochen und das ist so dieses Wassermann-Prinzip. Und das geht natürlich auch immer in die Zukunft. Das heißt, man sieht sich womöglich auch selber als jemand, der etwas Wegweisendes für alle bereithält. Ich mache die Welt vielleicht auch besser. Das wäre so ein Wassermann-Impuls auch. Und jetzt kommt eben Pluto rein mit dieser Macht, mit seinen Macht-On-Macht-Themen, mit seiner starren Struktur, mit seinen starren Vorstellungen und auch mit diesem Stirb-und-Werde-Prinzip. Und man könnte das jetzt auch so deuten, dass Pluto im Wassermann diese Macht des Individuums über die Masse einläutet. Das heißt, die Meinung eines Individuums wird prägend für die Masse. Und das ist, denke ich, etwas, was wir auch in diesem ganzen Social-Media-Schwemme schon merken. Das heißt, jemand sagt seine Meinung, jemand interpretiert etwas so und sagt das so laut und so überzeugend vom Zeitgeist her, dass die Masse dem folgen wird, beziehungsweise dass die meisten Menschen glauben, das ist die Meinung der Masse. Und da geht es darum jetzt auch, wo du jetzt Social-Media-Konsument bist, dir klarzumachen, was schaue ich mir denn da an? Schaue ich mir da die Meinung, die Interpretation eines Individuums an? Schaue ich mir da eine Wissenschaftsendung an? Wo sind die Quellen? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben immer wieder auch auf Quellen sich zu berufen. Wenn ich dir jetzt so eine astrologische Analyse gebe, wie diese Videos sind, dann sind das natürlich meine individuellen Interpretationen dieser Konstellationen. Das ist jetzt weder eine Wissenschaft noch sonst was. Da könnte man auch sagen, na, Oliver Erini redet über die Welt. Also wichtig ist einfach, dass du dir immer bewusst machst, was schaust du dir da an? Und ist es eine einzelne Meinung? Ist es eine Strömung? Was sind die Quellen? Wo kommt etwas her? Und das würde ich mir wirklich zum Überprüfen aller Informationen, die dich so umgeben in dieser Zeit, und das wird einfach mehr werden, noch klarer prüfen. Das heißt, ergreife auch so diese Kontrolle über die Informationen, über das Wassermännische, diese hochtechnologisierte Zeit, in der wir sind, wo du sagst, aber es ist wichtig, dass ich selber auch in meiner Kraft bin. Also die Gefahr, die ich da sehe, dass eben wenige, viele verführen und glauben, das ist dann eine Strömung, also die halte ich da in dieser Zeit auch für sehr, sehr gut möglich. Und dann natürlich auch, wenn der Pluto dann endgültig ins Wassermannzeichen wechselt, so Ende 24 rum, also da wird das noch einmal ganz, ganz wesentlich sein. Und ich denke, auch eine Generation mitprägen. Verführung macht ausüben über Meinungen, über Social Media, über moderne Medien. Sobald jemand eine feste Agenda hat, ein politisches Programm, eine fixe Meinung hat, irgendetwas vertreten möchte und das sehr bestimmt macht, bitte sei vorsichtig. Egal, ob es jetzt um Umweltschutz, um Gender Identity geht, um irgendwelche politischen Agenden, die jemand trägt, seid ihr immer bewusst, ist das jetzt die Ansicht eines Individuums oder ist das jetzt Fakt? Das gehört einfach geprüft. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was bringt uns auch gesellschaftlich weiter? Denn nur weil ich jetzt sage, na gut, ich bin jetzt der Meinung, keine Ahnung, irgendetwas bringt die Gesellschaft weiter, mir fällt jetzt kein Beispiel ein und ich krakele das hinaus, ich sage, okay, jeder sollte einen roten Blumentopf tragen und das bringt jetzt die Gesellschaft weiter und ich schreie das laut genug und trage selber einen Blumentopf, dann muss ich mich schon fragen, naja, inwiefern soll das etwas weiterbringen, nur weil sich jetzt der RNI einbildet, ein roter Blumentopf am Kopf wäre, da jetzt die neue Rettung. Und das ist eben so, das ist so diese Meinungsmache über die Medien. Und das ist auch eine Gefahr, meines Erachtens nach, dass eben auch dann über diese Meinungen, diese Einzelmeinungen, mehr Druck ausgeübt wird. Wir haben es ja in den letzten Jahren schon erlebt, wie schnell man mit diesen Argumentationskeulen daherkommt, also Verschwörungstheorie, Schwurbler, Nazi, Rassist, also das sind ja diese großen Etiketten, die dir relativ schnell einmal draufgeklebt werden in der Argumentation. Und das ist eben eine sehr gefährliche, bedenkliche Tendenz. Ich persönlich denke, dass es natürlich möglich ist, als Individuum zu existieren, aber man muss sich bewusst machen, wo sind meine individuellen Grenzen, dass auch eine Gesellschaft funktionieren kann. Und ich muss mir auch eingestehen, was ist denn jetzt veränderbar und was nicht? Und da kommt ja dann der große Saturn als die Grenze auch ins Spiel. Und über Saturn in Neptun werde ich dir dann im nächsten Video etwas erzählen, was sich da noch verändert. Denn der Saturn, das ist der letzte große Langsamläufer, der wechselt dann in Neptun rein. Und da werde ich dann auch noch einmal etwas über diese Grenzen sagen. Also, wie gesagt, ist ein Nachtrag zu Pluto in Wassermann. Wir haben ja eben vom März bis Juni 2023 mal so dieses kurze Rüberrutschen von Pluto in das Zeichen Wassermann. Er wird dann wieder rückläufig, geht zurück in den Steinbock. Aber da sehen wir, denke ich, auch diese Manipulation über Social Media und die Manipulationen von wenigen über viele. Da fällt natürlich dann auch noch ein, was man in letzter Zeit gesehen hat, diese Vernetzungen, Medien und Politik. Also, wo du einfach dann schaust, dass Meinungen geformt werden, dass Meinungen manipuliert werden. Und wie moralisch sauber das bitte als ein Vertreter des Volkes oder ein Staatsdiener wirklich ist, das kann man sich dann schon mal fragen. Aber das sind diese Tendenzen. Pluto, Wassermann. Das sehe ich als eines der großen Themen der nächsten auch 20 Jahre, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Weil jeder, um Dirty Harry zu zitieren, etwas blumig, aber es ist halt so, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Und jetzt hat jeder auch noch eine Plattform dazu. Und deshalb filtere bitte ganz bewusst noch einmal, wo höre ich mir ein Individuum an und lass mich da inspirieren und wo eben nicht. Gut, das wäre es für heute. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben oder einen Denkanstoß auch noch mal geben. Wenn dich interessiert, wie 2023 für dich läuft, dann habe ich jetzt immer noch meine Aktion, dein Jahr 2023, deine persönliche Prognose, um nur 25 Euro. Schick mir einfach eine Mail. Beschreibung findest du in der Videobeschreibung. Schick mir einfach eine Mail und mit deinen Daten, das heißt Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum. Und dann kann ich deine persönliche Transitanalyse erstellen. Bis nächstes Mal. Hab eine gute Zeit. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss. Untertitelung. BR 2018